Herzlich willkommen, liebe Zuseher in Schweiz und Österreich bei unserem Spotlight. Wir beginnen heute mit einer Gruppe aus Österreich, die in beiden Ländern hinlänglich bekannt ist, glaube ich jedenfalls, mit der Gruppe Misthaufen, die uns Ausschnitte aus einem Musical bringen. Erklärung folgt später. Nummer 1, der Wolter ist ein Totentanz. Nummer 1, der Wolter ist ein Totentanz, besonders der von Charlie Hans. Der hat die besten Wolter g'schrie'n, pralalalalalalala, sonst ist von ihm net viel überblieb. Beim Wolter tust ich selber dran, selber dran, selber dran, dem Stirn trotz ich alles uman, alles rund uman. Der Dote ist kein Kavalier, Kavalier, kein Kavalier, der spielt nicht lang um mit dir, nicht lang um mit dir. Musik Musik Es war gerade Damenwald. Musik 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 Musik